Die zweite Generation von Chibos Kaffee-Vollautomaten ist da. Der Esperto 2 Kaffee ist das erste Modell aus der neuen Generation. Wenn du einen Vollautomaten suchst, der leicht zu bedienen ist und dir die Grundfunktionen reichen, dann hast du das richtige Video gefunden. Hallo, ich bin Oliver Springer. Hier kommt mein ausführlicher Test zum Esperto Kaffee 2. Für die Transparenz, für meinen unabhängigen Test, hat mir der Hersteller ein Gerät sowie zwei Packungen Kaffeebohnen zur Verfügung gestellt. Die zweite Generation von Chibos Vollautomaten bietet zwar ein paar Neuerungen, verfolgt aber weiter einen minimalistischen Ansatz. Somit ist auch der Esperto Kaffee 2 ein Gerät mit kaum mehr als den allernötigsten Funktionen. Zubereiten kannst du damit Espresso und Kaffee-Krämer, also einen verlängerten Espresso. Ausstattung und Funktionen Im Gegensatz zum ersten Esperto Kaffee aus 2018 verzichtet das neue Modell auf eine Americano-Zubereitung. Die fehlte allerdings auch schon bei den späteren Modellen der ersten Generation. Ich finde das schade, aber es ist eigentlich nicht so wichtig, weil ein Americano ja ein nachträglich verdünnter Espresso ist und beim Esperto 2 Kaffee eine extra Tasse für heißes Wasser verfügbar ist. Die kannst du nicht nur dafür nutzen, um aus einem Espresso einen Americano zu machen. Du kannst auch einen Lungo verdünnen, falls dir der Geschmack zu stark ist oder einfach nur mehr in deinen Kaffeebecher haben möchtest oder du zu einem anderen Zweck heißes Wasser benötigst, beispielsweise um dir auf die Schnelle einen Instant-Kaffee zuzubereiten. Wer weiß, auf jeden Fall ist die Heiß-Wasser-Taste ein Plus in puncto Flexibilität. Die echte Plus-Taste gibt es weiterhin, ich sage Plus-Taste, weil auf dem Display eine Kaffeebohne mit einem Plus-Symbol zu sehen ist. Der Hersteller nennt es Intense-Plus-Technologie. Ich werde das nicht sagen. Also wird die Plus-Taste gedrückt, bevor eine der Getränketasten gedrückt wird, bereitet das Gerät den Kaffee kräftiger zu. Das ist eine von nur zwei Anpassungsmöglichkeiten. Die andere besteht in der individuellen Einstellung für die Wassermenge bei der Getränkezubereitung. Da kannst du dich entscheiden zwischen einem Wert zwischen 25 Milliliter und 250 Milliliter. Für die Espresso-Taste sind werkseitig rund 40 Milliliter eingestellt. Für die Kaffee-Cremataste etwa 125 Milliliter. Es gibt zwar doch noch eine weitere Anpassungsmöglichkeit, aber die fällt mir in den Bereich Problemlösung, falls der Kaffee nicht so gut schmeckt, wie er sollte. Nämlich im Kaffeebohnenbehälter ist ein Drehregler. Damit kannst du den Mahlgrad für das integrierte Kegel-Mahlwerk gröber einstellen, damit das Wasser schneller fließen kann. Dann gerät der Kaffee schwächer. Soll das Wasser dagegen langsamer fließen, damit mehr Aroma aufgenommen werden kann, dann stellst du den Mahlgrad feiner ein. Den Mahlgrad zu verändern ist aber wirklich nichts für den Alltag. Da ist die Plus-Taste die bessere Lösung. Eine Verbesserung gegenüber der ersten Esperto-Generation stellt ja deutlich größere Vorratsbehälter für die Kaffeebohnen dar. Bisher muss ein Aufsatz verwendet werden, um die maximale Füllmenge von 160 Gramm auf 300 Gramm zu erhöhen. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Beim neuen Vollautomaten ist bereits der integrierte Kaffeebohnenbehälter für 300 Gramm ganze Bohnen vorgesehen. In der Anleitung zum Esperto-2-Café ist trotzdem wieder der Satz zu lesen, füllen sie etwa so viele Kaffeebohnen ein, wie sie an einem Tag verbrauchen. Aber da ist eine Gummierung am Rand, der Bohnenbehälter schließt gut ab, da verlieren die Bohnen nicht gleich die Frische, nur weil sie ein paar Tage da drin bleiben. Ist also kein Problem. Eines hat sich bei der zweiten Generation von Chibos Vollautomaten leider nicht verbessert, nämlich ohne den Deckel zu öffnen, kannst du nicht sehen, wie viele Kaffeebohnen noch drin sind, obwohl der Deckel ja transparent ist, aber eben zu wenig transparent, um erkennen zu können, was oder wie viel drin ist. Nun, immerhin lässt sich der Deckel beim Esperto-2-Café leichter abnehmen, weil er nämlich nicht mehr auf einer Ebene mit der Gehäuseoberseite ist. Das war so ein bisschen schwierig früher. Das ist jetzt auf jeden Fall bequemer zu lösen. Ebenfalls leichter zugänglich ist der Wassertank. Bei der ersten Generation, da steckte der Wassertank ja im Gehäuse. Ich fand das schick, aber bei der zweiten sitzt er nun außen an der Rückseite der Maschine. In der Produktbeschreibung im Online-Shop von Chibos heißt es dazu, frei zugänglich und von mehreren Seiten entnehmbar. Passt unter Küchenoberschränke. Aber da musst du aufpassen, denn zum Befüllen des Bohnenbehälters ist auf jeden Fall ein bisschen Platz über dem Gerät nötig. Zu knapp kalkulieren solltest du da lieber nicht. In der Betriebsanleitung steht die Warnung, füllen Sie das Wasser nicht direkt in den Wassertank, wenn er noch in der Maschine steckt. Dieser Satz, der steht zwar genauso bereits in der Anleitung zum ersten Vollautomaten aus 2018, aber beim Esperto 2 Café ergibt der Hinweis aus meiner Sicht deutlich mehr Sinn, denn beim neuen Modell ist der Stecker mit dem Stromkabel direkt unter dem Wassertank. Von daher wäre ich auch lieber vorsichtig. Zuerst dachte ich ja, der Tank des Esperto 2 Café wäre kleiner. Aber nein, der Eindruck, der hat getäuscht. Tatsächlich ist der Wassertank größer. Das Fassungsvermögen beträgt 1,4 Liter statt 1,1 Liter. Das finde ich sehr gut, weil ich nämlich den Wasserbehälter meiner Kaffeemaschinen immer nur einmal am Tag neu befüllen möchte. Also zwischendurch, na, da will ich Kaffee trinken und mich nicht um den Wassertank kümmern. Dazu passt, dass der Trester-Behälter darauf ausgelegt ist, den verbrauchten Kaffee von 10 Zubereitungen aufzunehmen. Von dieser Neuerung sollte man allerdings sich nicht verleiten lassen, den Auffangbehälter seltener zu leeren. Ich rate dazu, ihn mindestens alle zwei Tage zu leeren und dann gründlich mit heißem Wasser auszuspülen. Neu bei der zweiten Esperto-Generation ist zudem der doppelte Getränkeauslauf. Bei den Produktinfos im Onlineshop des Herstellers da steht die sogenannte Double-Cup-Funktion für die gleichzeitige Zubereitung von zwei Kaffees sogar an erster Stelle der Neuerung. Dabei ist der Vorteil für den Nutzer minimal. Denn es werden nicht zwei Portionen gleichzeitig zubereitet, sondern zwei Portionen nacheinander. Also stellt man zwei Tassen hin, sorgt der neue Kaffeeauslauf dafür, dass pro Zubereitungsvorgang die Hälfte der Kaffeemenge in die eine und die andere Hälfte in die andere Tasse läuft. Das ist schon ein bisschen praktisch, aber es kommt halt trotzdem nacheinander dann zustande. Der Kaffeeauslauf ist beleuchtet und auch in der Höhe verstellbar. Deshalb kannst du sowohl kleine Espresso-Tassen als auch Becher oder ein bisschen größere Becher darunter stellen. Kein Problem. Die besten Neuerungen preist der Hersteller aber gar nicht an. Es beginnt mit dem insgesamt hochwertigeren Erscheinungsbild durch das klare, moderne Design. Das wirkt kantiger und professioneller. Das hat auch mit dem weitgehenden Verzicht auf glänzende, silberfarbene Kunststoffteile zu tun, die es bei Chibos Vollautomaten der ersten Generation noch gab. Durch diese aus meiner Sicht sehr gute Entscheidung wirken die beiden dunklen Farbvarianten des Esperto 2 Kaffee insgesamt umso dunkler und damit umso größer, als sie tatsächlich sind. Also tatsächlich ist die neue Generation ähnlich kompakt wie die erste, nämlich nur 18 cm schmal, 33,6 cm hoch. In der Tiefe sind es nun allerdings immerhin 39,8 cm. Falls du irgendwie Sorge hast, dir einen großen dunklen Klotz in die Küche zu stellen, entscheide dich lieber nicht für die Farboption Granite Black, sondern für Titanium Silver. Hier im Testbericht, ja auch auf den Fotos und Blog, da siehst du die Limited Edition in Dark Chrome. Von der weiß ich allerdings nicht, wie lange die erhältlich sein wird. Aber auch die ist ziemlich dunkel, also insofern nimm im Zweifel lieber die Helle. Obwohl es aus meiner Erfahrung heraus bei der ersten Esperto Generation beim Thema Stabilität und Verarbeitung nichts zu meckern gab, macht mich der Esperto 2 Kaffee insoweit doch noch angenehm überrascht. Das kann ich nicht unbedingt an einem bestimmten einzelnen Merkmal festmachen, aber so in der Summe der vielen Kleinigkeiten sieht das einfach noch ein bisschen hochwertiger und stabiler aus. Einzig das Abtropfgitter, das bei der neuen Generation ebenfalls matt gehalten ist, besteht aus Edelstahl. Alle anderen von außen sichtbaren Teile scheinen aus Kunststoff zu bestehen. In dieser Preisklasse ist das völlig normal und ich bin sowieso Kunststoff-Fan. Bedienung und Nutzerfreundlichkeit Das Gerät ist extrem einfach zu bedienen. Trotzdem liefert Shibu wie gewohnt eine vorbildlich gemachte, mehrsprachige Anleitung mit. Kein dünnes Blättchen, wie man das von vielen Geräten kennt, sondern wirklich ein gut verarbeitetes Benutzerhandbuch. Dass es sich tatsächlich mehr wie ein Buch anfühlt, das liegt nicht an der eigentlichen Länge der Anleitung, sondern daran, dass die halt nicht nur auf Deutsch, sondern in sieben weiteren Sprachen vorliegt. Englisch, Tschechisch, Polnisch, Slowakisch, Ungarisch, Türkisch und Rumänisch. In der Summe sind das dann doch eine ganze Menge Seiten. Die Anleitung ist übersichtlich gestaltet, gut strukturiert. Die Buchstaben sind groß genug. Echt auch keine Selbstverständlichkeit. Die Anweisungen sind gut verständlich. So sollten Bedienungsanleitungen sein. Du kannst übrigens selbst in die Anleitung reinschauen, weil Shibu sie als PDF zum Download zur Verfügung stellt. Den Link packe ich in den Artikel. Es gibt auch einen schriftlichen Testbericht auf Kaffeenavigator.de. Da ist es dann verlinkt. Bedient wird der Esperto 2 Kaffee über ein Touch-Display, das im Vergleich zum abgerundeten Display der früheren Modelle irgendwie noch ein bisschen sicherer in der Handhabung ist. Die Kontrollleuchten für die Hinweise, wie zum Beispiel den, dass der Tresterbehälter voll ist, die befinden sich nun unter dem Display, womit sie auch ein bisschen besser zu erkennen sind. Reinigung und Wartung. Der Auffangbehälter für den verbrauchten Kaffee lässt sich einfach herausziehen. Das ist unkompliziert, weil die davor befindliche Abstellfläche über Magnete mit dem Gehäuse verbunden ist. Kein Kraftaufwand, kein Einrasten. Das ist so schön einfach. Das lässt sich auch über die schnell herausnehmbare Brühgruppe sagen. Hinten an der linken Seite des Gehäuses befindet sich eine Abdeckung, die ebenfalls über Magnete in Position gehalten wird. Einfach die beiden orangefarbenen Tasten dann gleichzeitig drücken und die Brüheinheit herausziehen. Dann unter fließendem, warmem Wasser gründlich abspülen und genauso leicht wieder in die Maschine einsetzen, die herausgezogen wurde. Der Bereich, wo die Brühgruppe sitzt, sollte regelmäßig mit der Reinigungsbürste von Kaffeeresten befreit werden, die ansonsten irgendwann anfangen zu schimmeln. Das willst du nicht. Dass eine solche Reinigung überhaupt möglich ist, das gehört übrigens nicht zum allgemeinen Standard von Kaffeevollautomaten. An diese Reinigung musst du selbst denken. Ist dagegen eine Entkalkung des Esperto 2 Kaffee erforderlich, leuchtet das passende Symbol an der Maschine. Wie der Entkalkungsvorgang funktioniert, beschreibt Chibo in der Anleitung ausführlich. Deshalb ist das Entkalken des Esperto 2 Kaffee ganz einfach. Es dauert rund 15 Minuten. Erfreulicherweise gelangt bei der Kaffeezubereitung nur sehr wenig überschüssige Flüssigkeit in den Auffangbehälter. Direkt nach dem Einschalten führt der Esperto 2 Kaffee jedoch einen Spülvorgang durch. Mein Tipp dazu, reserviere dir eine Tasse, die du beim Gerät lässt und dann immer für diese Spülvorgänge benutzt. Dann läuft nicht unnötig Wasser in den Auffangbehälter. Die Tasse dann irgendwann auszuleeren, das ist einfacher, als den Auffangbehälter dann auszuleeren. Meine Erfahrung, ich mache das schon lange so. Vor allem im Bereich rund um den Kaffeeauslauf, da bilden sich natürlich Wasser und Kaffeeflecken, diese zu entfernen. Das erfordert manchmal so ein bisschen Kraftaufwand. Da es beim Esperto 2 Kaffee allerdings so fast keine glänzenden Oberflächen mehr gibt, besteht nicht die Gefahr, bei der Gehäusereinigung unansehnliche Kratzer zu hinterlassen. Das ist ein großer Fortschritt. Sogar das Abtropfgitter für Tassen hat nun eine Matte anstatt einer glänzenden Oberfläche. Das war bei den früheren Modellen nicht so und dann sahen die auch sehr schnell zerkratzt aus. Auf den matten Oberflächen sind Staub und Flecken auch weniger deutlich zu sehen, als auf den glänzenden Flächen der Modellen aus der ersten Esperto-Generation. Außerdem scheinen die Staub nicht ganz so stark anzuziehen. Was sonst noch wichtig ist? Neben dem Kaffeevollautomaten selbst und der Bedienungsanleitung gehört lediglich eine kleine Reinigungsbürste zum Lieferumfang. Ja, das ist übersichtlich. Am Ende meiner Testphase liegt der Preis für die Farbvariante Dark Chrome, die du hier im Video und auch auf den Fotos und Blogs siehst, bei 339 Euro. Die anderen beiden Farbvarianten Granite Black und Titanium Silver, die sind ein bisschen günstiger, 319 Euro. Mit der kostenlosen Chibu Kundenkarte, der Chibu Card, da gibt es nochmal einen Rabatt von 50 Euro. Ob dieser Rabatt da sein wird, das weiß ich nicht, aber überprüft das am besten, falls du dich für dieses Gerät entscheidest. 50 Euro, das lohnt sich ja. Chibu passt die Preise für seine Kaffeemaschinen ja häufig an. Der Preis könnte jetzt also höher sein, aber auch niedriger. Es gibt ja immer wieder Preisaktionen. Wie beim ersten Modell der ersten Generation gibt es beim Esperto 2 Kaffee keinen Milchaufschwammer. Milchaufschwammer für die Zubereitung von Kaffeegetränken mit Milch. Wenn du das möchtest, brauchst du also einen separaten Aufschwammer. Ich nutze dafür gerne einen Induktionsaufschwammer. Zwei Testberichte findest du übrigens hier auf dem Kanal. Falls du unbedingt ein Gerät mit eingebautem Milchaufschwammer haben möchtest, dann schau dir meinen Testbericht zum Esperto Pro aus dem vorigen Jahr an. Das Gerät ist ja noch nicht lange auf dem Markt. Wird sicher noch eine Weile verfügbar bleiben. Fazit Kein großer Sprung, aber viele Verbesserungen im Detail. Rund viereinhalb Jahre nach Markteinführung der ersten Esperto Kaffee-Generation macht die neue manches besser. Am besten gefallen mir der größere Wassertank, der fast vollständige Verzicht auf glänzende Oberflächen und das im Vorratsbehältnis nun Platz für 300 Gramm Kaffeebonus statt nur für 160 Gramm. Wenn du Fragen zu meinem Test hast, stell sie einfach im Kommentarbereich. Ich versuche so bald wie möglich darauf zu antworten, den ganzen Testbericht zum Nachlesen. Den findest du auf meiner Website www.kaffeenavigator.de Der Link dazu ist natürlich in der Videobeschreibung. Und wenn du jetzt immer noch zuschaust, dann habe ich dir hoffentlich weiterhelfen können. Dann kannst du jetzt was für mich tun und dem Video ein Like geben. Das hilft mir weiter. Und vielleicht abonnierst du bei der Gelegenheit auch gleich den Kanal. Danke und bis bald. Nachlesen und mehr entdecken auf www.kaffeenavigator.de Kaffee Kaffee Vielen Dank.